Zwei Leute haben dieses Video ignoriert, aber sie werden nicht der dritte sein, der es ignoriert und ich möchte ihnen sagen, dass Gott sie sehr liebt. Wenn sie es teilen, können sie es mit anderen teilen? Ich werde zwei Engel zu ihnen nach Hause schicken, um es zu segnen, alle Negativität in ihrem Leben zu beseitigen und ihnen zu helfen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Es hängt davon ab, ob sie bereit sind, das Video zu ignorieren, miss der Segen oder bleib, es ist hier. Aber selbst wenn du mich ignorierst, werde ich dich immer noch lieben und ich habe eine Botschaft von Gott für dich. Aber bevor du Gottes Botschaft teilst, möchte ich, dass du sie an mindestens vier Menschen auf deiner Liste weitergibst. Also segne jemanden, Gott sagt mir, dass eine Veränderung in ihrem Leben bevorsteht und er möchte, dass sie bereit sind. Denn ihr Leben wird sich ändern und sie werden glücklicher sein als zuvor. Diejenigen, die schlecht über sie sprechen, diejenigen, die sie beneiden, werden über die Transformation, die stattfinden wird, erstaunt sein. In ihrer siegreichen Transformation bete ich Wohlstand, Größe, Wohlstand. Wenn sie an diese Offenbarung glauben, die Gott ihnen gegeben hat, klicken sie auf das Herz daneben, bis es rot wird und folgen sie mir. Ich werde die Stimme Gottes in ihrem Leben sein. Ich bete und erkläre, dass sie überwinden werden. Amen.